und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal wir spielen wieder youtubers live 1 und wo waren wir stehen geblieben eine aufnahme dann machen wir die doch ja wir nehmen das logo ist klar haben wir schon mal vier punkte was warten okay ja ich würde tatsächlich das hier nehmen wollen denn dann bleibt das bei zwei also bei vier insgesamt genau lila und dunkel haben wir nicht deswegen nehmen wir das hier grün und lila aber hier machen wir natürlich so die zwei haben voll also müssen orange und grün machen ja orange und grün nehmen wir erstmal das lila ist wieder angesagt grün brauchen wir auch noch was dann nehmen wir das hier wir brauchen noch orange orange nehmen wir das hier noch ein orange da gibt es sogar vier punkte boah machen wir das das hier geht alles mittlerweile nur noch flöten warum nach jedem video so scheiße oh da gab es geld das da das da ja ich muss es so machen so 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 rennen akzeptieren hochladen und schlafen und schlafen und nach dem schlafen gleich mal was fudern hier ja dann spiel mal eine runde ich setze meine kurse fort das da und das spiel mal natürlich vor man hört sich bin immer noch leicht erkältet ich frage mich warum es ist bombenwetter jedes mal draußen bei uns so wie verdiene ich jetzt aber dazu mache ich das hier mal runter sind die angestiegen lol durch das lernsteigen die ok das hätte ich von anfang an machen sollen ja man wächst mit den spielen mit und nicht andersrum oh ich muss arbeiten und ins kino gehen und ich bin bei 56 prozent ich will wenigstens die arbeitstage noch haben damit ja gut ich hab einen taui auf dem konto also so nötig habe ich es jetzt gerade wirklich nicht aber trotzdem wäre halt nicht falsch würde ich sagen das dauert ewig diese drei tage ist ja ich bin von der wir glauben ok akzeptieren hi nein ich kann nicht ich lerne oh gott ich will schlau werden das ist wieder eine präsentation oh gott ich hoffe ich geh da nicht übermüdet hin oh bitte nicht hungrig okay kann ich gerne da hingehen bei mir im real life ist es auch so ich esse nur abends was immer nach meinen streams oder wenn die kinnis im bett sind wenn sie grad da sind weil ja ist einfach so ich sag mir immer zuerst kommen die kinder dann ich so zwei stunden präsent eine stunde noch ich will arbeiten na komm wir gehen so zum event scheiß drauf mal gucken wie das wird und darauf erst mal einen schluck kaffee ja ich kann hier ich ich kann nicht vor lol dann müssen wir uns das jetzt antun willkommen in meiner präsentation von crazypanyo es ist ein sportspiel und wir werden es für die gsosr2h raus bringen was ist das für eine konsole in den previews bekommt das spiel eine wertung von gut wer hat die previews gemacht würde ich jetzt fragen das game wird am september 16 zu einem preis von 3 dollar veröffentlicht wer ein kostenloses exemplar möchte fragt einfach beim fototermin nach ja ich nehme ein gratis ding und noch fünf weitere die ich verlosen kann mal kurz raus scrollen da hinten gibt es das gratis produkt welche muss ich denn anquatschen die hier nein die da ja 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 gib mir ein gratis spiel und dann wird ein preview aufgenommen oh diese entschuldigung für diese ganzen nebengeräusche aber diese erkältung die macht mich natürlich für die kürre und fertig warte mal die hat noch ein ausrufezeichen und dann müssen wir noch das hier machen blablabla So. Ah, das kommt nicht so gut an. Das sehe ich jetzt schon. So. Ey, was? Wie? Oh, hört immer auf. Ihr Ferkel. Ja, was haut er jetzt raus? Du kannst gehen, danke, dass du da warst. Ja, okay, Tschüssikowski. Der hat gesagt, ich darf gehen. Dann geh mal. So. Crazy Banyu wird direkt aufgenommen. Äh, nein. Doch. So. Crazy Banyu. Konsole kaufen. Ähm. Was wollten die haben? Äh, Moment mal. Für was war das Spiel? Hä, das habe ich gar nicht. Jesus R2H. Hey, die gibt es gar nicht. Hä? Und ich kann doch keine weitere Konsole mehr kaufen, lol. Was ist denn das für eine Kacke gerade? Muss ich das verstehen? Hier haben wir doch alles mittlerweile. Hä? muss ich nicht verstehen oder Osterheier! Alter, 85! Ich mach aber alles voll! Boah! Ja, ne, lass mal! Ich bleib bei Hot Dogs! Ich bleib... Oh, wartet mal! Hier! Osterkorb! Matroschka! So, da hatte ich früher als kleines Kind auch! Ja, ja! Sammelkarten spielt Hexenmeister! Okay! Miniaturflugzeug! Poster DP! Poster Wäschekorb! Stofftier! Regal! Mario! Wandposter! Poster Big Kill! Becherfigur! Alter, das ist alles hier ganz schön teuer! Ich hab halt nur noch 900! Ich musste mir was kaufen! Wir kaufen die aber noch! So! Hey! Spiel 1! Spiel 2! Spiel 3! Spiel 4! Spiel 5! Spiel 6! Und die Lavalampe! Ah! Cool! Ähm, Gaming Video! Ähm, wir fangen hier an! So! Oh! Oh, Preview hab ich schon! Na dann! Fangen wir das hier! Ähm, Aufnahme starten! Oh! Oh! Das da! Ähm, das Lilan hab ich schon voll! Geil! Ähm, grün und dunkel! Hammer! Scheiße! Wir machen das! Dunkel und Lila haben wir nirgends! Oder machen wir das! Dunkel und orange! Nehmen wir das da! Ähm, Lila und grün! Nehmen wir das da! Nehmen wir das da! Nehmen wir das da! Grün und Lila! äh das hier und natürlich das da so haben wir alles voll läuft dann das oben haben wir nee das würde ich das und das andere würde ich als letztes machen okay äh dann nehmen wir das wir nehmen das ähm wir nehmen das 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 und das äh das äh das da das da das da und das da äh ich stehe hier kein neues Ergebnis auf also keinen neuen Rekord äh herzliche Grüße ich möchte sagen dass ich mich in dein Smartphone direkt habe um deine persönlichen Bilder zu stellen wenn du mir keine 20 Dollar zahlst veröffentliche ich die Bilder im Internet das ist äh auf keinen Fall tschüssi koski wird einfach neues Handy geholt so einfach sieht's aus so arbeiten dann haben wir erst mal einen Schluck Kaffee ach nichts geht ohne Kaffee am Frühbaum so und dann gehen wir gleich nochmal arbeiten so dann haben wir das hinter uns jo dann haben wir das auch und ich würde sagen wir haben fast die 250.000 Abonnenten ja so Kurs hm äh ach oh lol der war noch nicht fertig oh äh ich äh äh ich war das nicht warum hat der einfach mittendrin drauf gehört äh äh ja ok yeah ach komm scheiß drauf wir machen noch nen Kurs Digitale Effekte los und was willst denn du ok hast du so iritual ach er höll ne über gegönnt. So muss es sein. Ich kann das jederzeit pausieren. Das ist interessant. Pausieren. Es mal was. Genau. Leg dich mal schlafen. Und dann kurz fortsetzen. Was möchte die Madame? Ja, los. Schick mal her das Spiel. Schickt die mir jetzt das Spiel oder nicht? Ach ja. Guck mal, da haben wir es doch schon. Aufnahme starten. Weiter. Das da. Hauptmenü. Das da. Das mit dem dunklen wäre jetzt ideal. Das da. Genau. Is das an dem dunklen. Okay. Lass outros people. Wir nehmen das da. Und wir nehmen das. Zusammenfassung. Vielleicht noch sowas hier. Und dann haben wir alles voll. Passt. So. 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 Genau. akzeptieren das ist jetzt eigentlich ein gutes ergebnis erzielen ja ich wusste es doch ich wusste es mit Ben es geht nicht anders und bis ich wieder wach bin ist die weg ja komm wir gehen heute abend ins Kino alles gut ich kann nicht pausieren so was uns aber im Kino erwartet das erfahren wir in der nächsten Folge wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da der ist ganz wichtig für den YouTube Eingrhythmus lasst Kommentare da und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video bis dann bleibt uns spannend genießt den Tag und bye bye